Mir geht es heute um eine kleine Videoidee und zwar hatte ich die schon am 3. September 2016 gehabt und zwar Weekly Top 4 Clips. Wie gesagt, ich hatte die schon am 3. September 2016 gehabt, aber da habe ich das per YouTube-Band gemacht und das war nicht so gut, da waren jetzt nicht die besten Einsendungen immer, deswegen will ich das jetzt nochmal anders machen und zwar ist in der Beschreibung ein Formular-Link, dort müsst ihr einfach nur den Link eures Videos schicken, am besten ein anlistertes Video, also einfach nur den Clip, den ihr haben wollt oder den ihr einsticken wollt als anlistertes Video und jetzt am besten nicht irgendwie ein ganzes Video und da sagen ab Minute von da bis da, also einfach nur kurz die Szene, die ihr in Weekly Top 4 Clips haben wollt, dort einsenden, am besten halt als anlistertes Video. Also es wäre am besten, ihr könnt es ja gar nicht auch publishen, aber das wäre halt natürlich am besten. Das war es eigentlich zu der Sache, es wird im Formular, glaube ich, alles erklärt, dort wird geschrieben, dass ihr einverstanden seid, dass ich das dazu nutze, wie ich euch nennen soll, also wie der Name oben links, was da stehen soll, etc. und alle weiteren Fragen oder was ihr da noch machen müsst, ist, glaube ich, im Formular, ja, ihr könnt jetzt noch den Clip hier genießen, das war einfach eine P-Loot und dann sowas halt. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist einfach das Formular, dort einfach euren Clip einschicken. oder wo ist es sich 1 narrator compass noch ein сыren. und wie geht es weiter ширỗ. Wie geht das schon um, wie in der Videobeschreibung ist, Untertitelung des ZDF, 2020